Und damit zur Millionenfrage. Nenn mir den Titel dieses Songs anhand der ersten Sekunden. Es ist... Ja... Nein. Welcher davon ist es? Ach komm schon. Sag's einfach. Ich muss es hören. Ich kann nicht. Stefan, du musst es mir sagen. Es geht um eine Million Euro. Es ist sehr... Nee, 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 Stefan. Ich muss es hören. Ich kann nicht. Stefan, die Leute werden es verstehen. Es geht um eine Million Euro. Ich würde sagen, ey, scheiß drauf. Ich sag's doch mal mit dir. Nee, ich kann nicht. Du hast noch zehn Sekunden, Stefan. Es geht nicht. Es geht um eine Million Euro. Mann, ich kann nicht verzeihen dir. Stefan, sogar Martin Luther King würde dir verzeihen. Ja. Oh, warte. Es ist gerade eine Alternativfrage reinkommen. Und zwar... Wer war in Paris? Nee.